Hey, ich bin Orben und das hier ist ein Was geht ab Schott. Sö. Schottesl. Die Bundesländer haben vergangene Woche beim Karlsruher Verfassungsgericht den Antrag auf das Verbot der NPD eingereicht. Der erste Versuch wurde 2003 gestartet und scheiterte. Deswegen ist der jetzige Antrag wohl auch der letzte Anlauf, die rechtsextreme Partei zu verbieten. Dass sich alle anderen demokratischen Parteien eine Politiklandschaft ohne die NPD wünschen, steht außer Frage. Grundsätzlich ist es jedoch stark umstritten, ob ein Verbot der richtige Weg ist. Die Bundesregierung und der Bundestag etwa beteiligen sich nicht an dem aktuellen Antrag. Grund dafür ist unter anderem die Angst vor einem erneuten Scheitern des Vorhabens, was der NPD quasi Rückenwind geben würde. Die NPD-Führung gibt sich kämpferisch und rechnet damit, dass das Verfahren keinen Erfolg haben wird. Und das ist gar nicht mal so unwahrscheinlich. Der erste Antrag scheiterte, weil Teile des Beweismaterials von V-Männern standen. Das sind Menschen, die als Informanten für die Polizei oder den Verfassungsschutz arbeiten und sich quasi undercover in fragwürdigen Organisationen bewegen. Also quasi als Geheimagenten. 2003 wurde bekannt, dass selbst Führungspositionen der NPD durch V-Leute besetzt waren. Deswegen wären ihre Aussagen vor Gericht nicht besonders beweiskräftig gewesen. Ein weiterer Grund für das eventuelle Scheitern des Antrags ist, dass ein Verbot einer Partei nachträglich vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte geprüft werden muss. Dazu ist es notwendig, dass diese eine akute Bedrohung der Verfassung darstellt. Und ob das bei der NPD der Fall ist, ist fraglich. Weiterhin erhalten die Rechtsextremen momentan keine Gelder von der Bundesregierung. Die Partei sei deswegen finanziell nicht auf einer Augenhöhe mit den klagenden Bundesländern, so argumentiert der Prozessbevollmächtigte Peter Richter. Was macht die Bundesländer also bei ihrem Verbotsantrag dieses Mal so zuversichtlich? Zum einen sind die Beweise dieses Mal ausreichend, um zu belegen, dass die Partei ein menschenverachtendes und rassistisches Weltbild hat. Zum anderen wird in der Anklageschrift belegt, dass die NPD in ihrem Wesen dem Nationalsozialismus gleicht. In Anbetracht der historischen Besonderheit rechnet der Bundesrat damit, dass das Verbot durchkommt. Das Beweismaterial soll dieses Mal frei sein von Informationen, die V-Männer geliefert haben. Außerdem schafft sich die Partei eigentlich gerade selbst ab. Bei den letzten Landtagswahlen haben sie knäglich versagt. Auch ihre Mitgliederzahl sinkt. Gerade mal 5400 Leute sind noch in der NPD. Wie lange das Verfahren dauern wird, ist noch nicht klar. Einige Juristen gehen davon aus, dass der gesamte Prozess sich über zwei Jahre hinziehen wird. Wenn die NPD tatsächlich verboten wird, werden alle Geschäftsstellen geschlossen und das Vermögen beschlagnahmt. Auch die Vertreter der Partei auf kommunaler Ebene würden ihre Mandate verlieren. Ein Scheitern des Antrags würde hingegen bedeuten, dass die NPD weiter existieren darf. Das Verbot der Partei ist ein zweischneidiges Schwert. Einerseits in ihrer Anschauung und Vorgehensweisen in keinster Weise vertretbar. Andererseits dürfte in einer Demokratie eigentlich keine Partei verboten werden. Mich interessiert, was ihr dazu denkt? Soll die NPD verboten werden? Glaubt ihr, dass der Antrag erfolgreich wird? Und wäre das überhaupt was Gutes? Oder würde die NPD dann in den Untergrund rutschen und vielleicht sogar noch gefährlicher werden? Ich will unbedingt mit euch diskutieren, also schreibt es in die Kommentare. Falls ihr noch mehr Infos haben wollt, da gibt es noch zwei Videos für euch. Damit ihr nie wieder was verpasst, könnt ihr uns hier abonnieren. Da gibt es die ganzen Nerd-Sachen bei Techscalibur. Und in der Beschreibung sind unsere Facebook und Twitter und Instagram Links, damit ihr immer auf dem neuesten Stand seid. Ich bin Robin, das waren die Was geht ab Shorts und ich gehe jetzt nach links. Raus! 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 Vielen Dank.